Ich bin Maike Kretsch, ich bin eine der beiden Chefärztinnen in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Wir lernen in unserer Arbeit Kinder kennen von den ersten Lebensjahren bis zur Volljährigkeit, die Schwierigkeiten haben, denen es emotional nicht gut geht und wir versuchen gemeinsam mit den jungen Patientinnen und Patienten und ihren Familien die Vorstellungsgründe einzuordnen, die Familien kennenzulernen und in unserer gemeinsamen Arbeit, entweder in unserer Ambulanz oder aber in unseren Tageskliniken und auf unseren Stationen vor familiären Hintergründen und gemeinsam mit den Familien zu bearbeiten, sodass die Kinder und Jugendlichen ihre Entwicklung und ihren Alltag wieder gut aufnehmen können und in ihren Alltag weiter starten können. Untertitelung des ZDF, 2020